Hallihallee meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Rising World. Eine neue Episode. Spaß. So. Geh dann hier. Zack. Und hier. Zack. Und hier. Schaut das dann da drüben raus? Ne, hier komischerweise nicht. Da hat es funktioniert. Moment, was ist, wenn ich das so mache? So. Und so. Und dann das hier rein. Ja, das geht besser. Das müsste dann eigentlich bei der Höhe müsste das dann eigentlich auch gehen. Ah, halt. Hier wollte ich noch einen. So. Na? Hier sollte der eigentlich. Ah, hier ist kacke. Wobei der verschwindet dann in der Mauer, ne? Da guckt der nicht raus. Das kann mir dann egal sein. Das machen wir einfach hier nochmal einen. So. Wunderbar. Schnieke. Schnieke, schnieke. Gut. Dann da unten. Mach ich quasi hier hin. Und da ist es auch egal. Das ist ja auch in der Mauer drin. So. Mal hier rum. Das sieht halt einfach deutlich besser aus. Als. Also pass mal auf. Jetzt mache ich hier. Den hier hin. Ach ne. Der ist eh in der Wand, ne? Muss ich jetzt mal schauen. Ob der jetzt hier irgendwo. auftaucht und stört. Nö. Der ist in der Wand. Ach so, ja. Hier wird schwierig, ne? Ja. Ja, schwierig. Sag ich doch. Hier geht. Hier geht auch. Bin ich ganz oben. Ja. So. Hier mal so. Erst das Glas, dann die Rahmen. Merkwürdige Fenster. So. Soll ja alles seine Richtigkeit haben. Ähm. Ja. Nein. Boah, zum Glück das Glas nicht mit geschrottet. So. So, wie mache ich es dann hier? Da ist halt echt. Kommt das da auf den Winkel drauf an? Kann man die Sachen nicht irgendwie reinschieben? Ich schaue mal hier in die Steuerung. Ich schaue mal hier in die Steuerung. Bewegung, Aktionen, Fahrzeuge sonstiges bauen. Vorbewegen. Zurück, links, rechts, hoch, runter. Skalieren. Element einfrieren. Modulares bauen. Modulares bauen. Element zurücksetzen. Raster vergrößern. Raster verkleinern. Ach was. Ach du Schande. Boah, ist ja krass. Ja, bringt mir hier nicht viel. Das ist das Raster hier schon okay. Ähm und was war das andere? STRG. Manuell platzieren. Hä? Kapiere ich nicht. Hm. Ich kann das Element festhalten. Aber ich bin trotzdem immer noch in der Mitte. Wie wäre es, wenn ich hier das Raster rausnehme? Und was konnte ich hier noch? Return. Ah, Return ist wieder ausrichten. Okay. Ähm. Element einfrieren habe ich gemacht. Modulares bauen war Return. Element skalieren. Rechtschiff, links, shift. Und dann? Ach was. Nee, hör doch mal auf. Warum sagt mir das denn niemand? Oh Mann. Ja. Siehste. Und dann, ähm. Shift und was war es? Hier. Kleiner machen. Ach Mensch. Und natürlich sagt mir das keiner, ne? Okay. Ähm. Moment mal. Ähm. Nee. Es ist aber Standard, oder? Wo ist Return? Hier. Das war Standardlänge, ne? Also länger machen kann man es nicht. Nee. Gut. Boah. Haha. Also länger machen geht nicht. Und da komme ich nicht ran. Ist ja wohl klar. Aber kürzer machen geht. Ach Mann. Dann kann ich die Gläser vielleicht, kann ich die Gläser auch kürzer machen? Die Scheiben. Das wäre schon gut. Das wäre sehr praktisch. So. Und jetzt was? Shift und... Zzzzzz. Na da... Was? Und da sollst du... Hä? Hallo? Da unten sollst du hin. Ah, da ist das falsche Raster, ne? Wie war das Raster? Vergrößern, verkleinern? Hier. Äh, nee. Das geht nicht. Das geht. Geht das? Nee. Nee. Mist. Ist von der Größe her so... Aber warum geht das nicht? Das Raster ist doch hier in der Mitte. Aber nur das ist irgendwie genau in der Mitte. Und sobald ich das so groß mache, rutscht das ein Ding weiter hoch. Na klar. Äh. Das ist jetzt aber doof. Warum ist das so? Das gefällt mir nicht so. Ich muss doch da unten drauf gehen. Hör mal. Dann müsste ich das wahrscheinlich weg machen. Ah. War wahrscheinlich eh viel zu lang. So, okay. Das passt. Und dann hier... Einmal drehen. Einmal sehr viel kleiner machen. Und dann... So. Perfekt. Achso. Hier fehlt auch noch eins. Hier gleich das Spiel, oder? Ja. Achso. Bin ich im Raster gewesen. So. Hier geht's. Und dann... Ja, gut. Also so ein bisschen... Bisschen tricky ist es ja dann doch. Achso. Auch nö. So kann man es auch größer und kleiner machen. Dann könnte ich das ja... Oh Mann. Warum habe ich Shift noch gedrückt? Dann könnte ich das quasi... Genau so machen. So ein ganz dünner Rahmen. Aber der... Ja, der ist mir fast schon zu dünn dann. Achso. So und so. Ah, okay. So. Und hier oben... Hä? Hier oben habe ich schon. Ach, guck mal an. Ja, siehste. Die sind kacke hier. Okay, also... Boah. Mann, ist das viel veränderbar. Das ist ja... Das ist ja echt schlimm. Das hier wieder auf Standard. Wo ist Standard? Hier. Return. Und dann drehen. Er ist doch nicht Standard. So. Und hier gleich das Spiel. Ist das richtig dran? Ja, wunderbar. Hier steht nichts raus, ne? Nee. Boah. Habe ich nicht gewusst, dass das... Tatsächlich hier in dem Modus auch... Ähm... Ja, verschiebbar ist. Also skalierbar. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Oh, hä? Das hat jetzt genau gereicht. Habe ich das etwa mal skaliert? Und dann vergessen? Aus Versehen skaliert irgendwie? Könnte fast sein, ne? So. Oh, das ist ja genial. Das ist ja wunderbar. Boah, ist das ja... So, stehen hier welche raus? Nein, aber die hier. Dann kann ich die gleich... Gleich richtig machen. Wie groß ist das denn jetzt? So. So, passt. Dann ist es zwar ein bisschen... Immer noch in der Wand drin, aber... Das ist ja... Okay. Das hier geht halt nicht. Boah. Ähm. Hallo? Sonst geht's noch? Verfatzt dich bloß hier, du komischer Elch, du. Schlawenzel da, so ein Elch rum. So. Ähm. Kann ich die Scheiben denn auch kleiner machen? Das will ich jetzt mal wissen. Ich gehe mal rein. Hier ist es ein bisschen heller. Shift und... Ach was. Ey, und so breit kann man die machen. Oh nein. Wir haben noch genug Sand, ne? Oh, weil er weiß das. Hier lasse ich die. Da überlappt ja nichts, ne? Ähm. Ähm. Moment mal. Nee. Okay. Da geht's natürlich nicht. Ähm. Okay, das dauert. Ich dachte gerade, ich kann die, die blöden Klötze hier auch noch, ähm, transformieren. Aber das wäre ja Quatsch. Ich kann, ich kann ja Slaps bauen einfach. Und dann, wenn ich die transformieren könnte, bräuchte ich ja... Oh, wir grillen heute, äh... Äh, Ding ins Beton. Äh, wenn ich die transformieren könnte, bräuchte ich ja keine Slaps bauen. Dann könnte ich die einfach da hinziehen. Sonst hätte ich die ganzen Wände nochmal abreißen müssen. Und ich habe mir gerade ernsthaft überlegt, die ganzen Gläser nochmal abzureißen. Hier habe ich ja Fensterrahmen. Das ist okay. Ich habe gar keine Türrahmen. Das geht ja auch nicht. Oben habe ich ja jetzt einen Türrahmen, aber hier unten habe ich keine Türrahmen. Aber das? Oh, und er behält das Maß. Das ist ja wunderbar. Oh ja, geil. Oh nein! Ich habe kein Holz mehr. Na? Ja gut, der Griff ist ein bisschen drin. Aber man braucht ja schon einen Rahmen, ne? Hier, die Fensterrahmen hat man ja auch. Dann braucht man auch Türrahmen. Alter Schwede, nein! Was man hier alles machen kann. Ich schnall weg. Ich werde bekloppt, du. Okay. Na, wir brauchen ganz viel von diesem weißen Holz. Ist das weiß? Ja! Ist das noch die Größe? Zufällig? Ja. Dann können wir hier nämlich schon mal... Ah, das ist auch geil, dass er die Größe speichert. Sich behält. So, da wäre es eigentlich nicht vonnöten. Aber man hat halt normal schon irgendwo einen Rahmen in den Türen, ne? Auch wenn keine Türen drin sind. Oh, perfekt. Und er behält das Maß. Und ich kann einfach überall das gleiche Maß, das ich hier brauche, ganz gechillt und easy reinmachen. Wie zum Beispiel hier könnte ich dann... Oh, das reicht tatsächlich auf einmal. Ich glaube, ich spinne. Ist das mega. Oder... Ist da jetzt ein Rand? Oh nein. Oh, ich Idiot! Da ist ein Rand. Da ist eine Lücke, meine ich. Hey, hier nicht. Aber da schon. Ah, wieder hier kaputt gemacht. So, jetzt passt es aber, ne? Ja, jetzt passt es. Oh, ist das geil. Auf einmal. Oh, ohne so rumgefummelt. Ah, herrlich. Und das bleibt überall die gleiche Größe. Habe ich hier auch? Ja. So, mal hier hoch. Jetzt kniet er hin. Können wir hier eigentlich auch machen, oder? So. Nee. Ich wüsste nicht, warum. Aber hier. Zack. Zack. Und gleich die richtige Größe. Ist das geil. Ja, so ist es, wenn man ab und zu mal eine Bedienungsanleitung liest. Da kann man dann schon einiges rausfinden. So, ähm... Wie lang ist die Folge schon? 22 Minuten. Ja, gut. Ein bisschen machen wir noch. Ganz kleines bisschen. Genau. So, jetzt, ähm... muss ich das Ding hier reinschrumpfen. Ein bisschen länger. Ja, unten bräuchte ich nicht. Eigentlich sogar ein bisschen kürzer, oder? Denn so geht's wieder in die andere Textur rein. Ja, so ist besser. Das verursacht auch weniger Probleme dann. Weniger Fehler. Wobei es ja zum Glück hier überhaupt gar keine Fehler gibt. Entschuldigung. Oh, hier habe ich voll vergessen. Noch die Hochkant-Dinger zu machen. Aber kann man ja alles nachholen. So. Ich muss dann halt überlegen immer, ob ich zuerst hochkant, ähm... so mache. Und die anderen dann... Entschuldigung. Ah, ist immer noch. Jetzt habe ich ihn. Mein Klumpen. Mein Halsklumpen. So. Und dann die anderen, dass ich die nicht so arg weit überlappe. Oh, die gehen ja fast zu weit. Ist ja der Hammer. Die snappen hier an. Und dann machen wir oben und unten. Und dann noch ein kurzes... Und zwar wirklich nur so kurz. Dass das hier... reinpasst. Ja, perfekt. Oh, Mann. Da wäre es gut gewesen, wenn mir ein Entwickler geschrieben hätte, ey, du Idiot, was musst du? Du kannst doch die Dinger länger machen und kürzer. Oder einer von euch. Ihr schaut hier immer nur zu und schreibt nichts. Wenn ihr selber spielt, dann hättet ihr mir sowas ruhig mal sagen können. So, äh, überlappt doch die Dinger nicht. Du kannst doch die Länge einstellen. Unten beim Pferdestall. Und lauter so Sachen. Was ich da jetzt schon wieder Projekte verworfen habe. Verworfen. Weil man die Länge nicht einstellen kann. Wie ich dachte. So, weg. 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 Nicht das Glas treffen. Oh, nein. Ich habe nur noch einen. Das ist doch jetzt aber... Oh, das ist ja... Hä? Nee. Ach, der war... War noch etwas missrotiert. So, dann machen wir den. Ja, dann hängt er da oben ein bisschen rein. Egal. Hä? Ach so, okay. Optische Täuschung. Ich dachte gerade... Ach so, halt hier fehlen die. Ich dachte gerade da... ist irgendwas kaputt hier. So, pass mal auf. Die hier müssen leider weichen. Der Baumstamm auch. Wo flackert es noch? Hier. Und hier. Haben wir hier einen Baumstamm flackern? Nein. Hier haben wir einen Baumstamm flackern. Und hier steht der E über. Oh nein, der hier war falsch. Ich bin ein Idiot. Und das Glas auch. Und der auch. Okay, gut. Naja. So, jetzt machen wir uns zuerst mal Glas. Wieder auf Standard. geht nicht. Und da könnte ich das auch viel kleiner machen. Und da könnte ich das auch viel kleiner machen. Nicht ganz so... Nicht ganz so hoch. Wird er vermutlich echt besser aussehen. Das ist schon ein bisschen hoch hier. In dem Fall. Clear. Ein clearendes Erlebnis. Aber ist aber auch blöd, dass ich das nicht gewusst habe, ne? Aber egal. Wir müssen ja jetzt hier keine Weltreisen unternehmen. Aber ich gehe mal eben schlafen. Wir müssen ja keine Weltreisen unternehmen, um an Sand zu kommen und ein Glas und so. Das ist ja hier. Das Zeug ist ja alles schnell beschafft. Da ist schon wieder dieser dämliche Elch. Der herumelchig stiert. Der denkt sich auf. Was macht der? Warum haut der alles wieder kaputt? Das hat er doch mühselig hingemacht. Diese Menschen sind komisch. Denkt er sich. So, dann kann ich hier auch lange hin machen. Das kann ich theoretisch lassen da unten. Da kann ich den bestimmt auch kleiner machen. Den Baumstamm hier. Oh Mann, warum habe ich das nicht gewusst? So, pass mal auf. Gitternetz. Ah ne, jetzt erst mal Glasscheibe. Gitternetz. Glasscheibe drehen. Ah, nein. Die Position bleibt gleich. Ne, doch nicht. Ah, das ist schon sehr mickrig hier, oder? Sobald ich größer mache, schwebt's. Außer... Ich nehme ein anderes Gitternetz. Ja. Ich könnte das Ganze am Rand hin machen. Oder so. Dann habe ich hier einen... So einen kleinen Vorsprung. Ich weiß halt auch nicht, wie hoch... Wie hoch hat man denn so eine Brüstung? Das ist zu hoch. Sollen wir es so machen? Ja. Das ist gut. Und die einzelnen Stücke mache ich danach. Jetzt mache ich erst mal die großen Teile. Hier brauche ich wieder ein kleines. Hier brauche ich auch ein kleines. Da habe ich jetzt schon den Baumstamm. Aber das geht bestimmt trotzdem. Ja. So, und dann brauche ich etwas kleiner. Ach ne, der Baumstamm. Moment. Der Baumstamm ist auf dem alten Raster, ne? Hm, tschüss. Ich habe ja jetzt hier das kleine Raster. Na, obwohl, dann mache ich es so. Und dann setze ich da auch noch ein Ding dazwischen. Ein Hölzchen. So, und jetzt... Nein. Kürzer machen das Ganze. Noch mehr. So passt, oder? So. Und dann drehen. Oh ja, geil. Ah, ne, Mann. Jetzt erst mal das hier rein. Nee. Nee. Hä, aber dann ist eins zu wenig. Na? Eins weniger. Nee. So bin ich zu groß. Na, sag mal, komme ich da jetzt nicht drauf, oder was? Mach das doch genau da hin. Nein. Hat er überlappt? Soll er nicht. Soll er nicht überlappen? Die ist irgendwie ein Problem da. Die Scheibe. So bin ich viel länger. So bin ich genau um eins kürzer. Ah, muss ich vielleicht nochmal kleiner rastern. Ah. Nee. Boah, das ist hier schon... ...schon so ein bisschen Geduldsspiel, ne? Nochmal kleiner rastern. Und dann hier noch ein Penelope weiter. Jetzt. So müsste es doch gehen. Ja. Perfekt. Perfekt. Oh, wie geil. Oh, das ist... ...das ist so befriedigend. Unser Raster ist mir jetzt wieder zu klein. So, einmal länger. Ach, nee. Viel länger. So. So. Und dann noch... ...hier. Oh, perfekt. Oh, ist das gut. Oh, das ist so befriedigend. Das könnt ihr euch gar nicht... Oh, ich bin so ein Bau-Fetischist. ...was sowas anbelangt. Und das ist einfach so gut. Wenn was so... Oh, halt. Das hat ja wohl nicht gepasst. Habe ich gar nicht gesehen, dass wir da... ...ja, auch wieder zu viel. Ich glaube, da habe ich das gleiche Problem. Dass ich das Raster kleiner machen muss. So. Aber geht ja alles. ...geht ja alles. Man kann ja einfach das Raster verändern. Raster, Raster, Fahri. So, jetzt kommt ein Regen, glaube ich. So, was ist mit dir? Raster wieder... ...auf das hier. Was ist mit dir? Kann ich dich jetzt auch... ...dünner machen? Ja, kann nicht. Wird auch wieder nur die Hälfte angezeigt. Dann machen wir erstmal Hochkant. Wandanschluss. So, ist ganz klein. Wenn ich das Raster kleiner mache, kann ich dann auch das kleiner machen? Oh, nö. Oh. Oh, was? So riesig kann man das machen? Puh. Oh mein Gott. Was ist denn hier alles möglich? Da könnte man so ein altes Bauernhaus machen mit so einer Stämme in der Mitte und so. Junge, Junge. So, kleiner. So groß wie das Glas, bitte. Perfekt. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Oh, Junge, Junge. Das ist so... Oh, das ist so... Das ist so genial. Oh Mann. Das riecht mich echt auf. Nein. Dass ich das nicht früher rausgefunden habe. So was Blödes aber auch. So, maximal Länge erreicht. Hier geht. Hier unten geht auch. So, dann machen wir hier auch wieder zuerst die langen. Oh. Ja, und das war es dann auch schon. Da meine Baumkette. Oh Mann. Kann man da die ganzen Sachen verändern? Ah, die Türen nicht, ne? Moment mal. Ne, das ist normal rotieren. Okay, ne, die kann man nicht... Und die kann man nicht verändern. Habe ich jetzt hier eigentlich... Hier oben wieder ein Glas drin? Ne. Habe ich nicht. Wollte ich noch machen. So, mittig. Und zack. Oh, ist das gut. Hier über... Übernöpelt auch einer. Oh nein, ich habe ja keinen mehr. Alles verbaut. Aber wie gut, dass es jetzt halt aussieht mit den Türrahmen und so. Oh Mann, oh Mann. Spiel, du bringst zu viele Möglichkeiten mit. Allein hier, das sieht jetzt richtig geil wie so ein Fenster aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, das heißt, ich brauche noch echt arg viel mehr Holz. Alles Papier. Da ist noch ein Einbau mit Wasser. Und da haben wir das Glas. So, gut, ich muss jetzt aber. Oder muss ich? Oh, da kann ich noch eine. Oh nein, es ist klar. Oh, es ist ja gleich... Ich dachte, es wäre kurz vor eins. Nein, es ist kurz vor zwei. Ich muss aber morgen trotzdem um acht aufstehen. Deswegen. Ja, müssen wir es mal... Müssen wir es doch mal hier belassen. Ah, okay, da stehen auch noch welche rüber. Alter, gibt das eine geile Bude hin. Junge, Junge. Hier dieser Flur, ne? Was ein Designhäusl, der es gibt. Und wenn ich da nur dran denke, oh mein Gott, was wir da mit dem Pool anfangen können. Und draußen und, und, oh. Allein hier, wie cool der Balkon aussieht. Oh. Oh, und dann kann ich diese Scheiße hier auch wegmachen. Ja, wunderbar. Jo, dann kriegst du das richtig. Und das hier ist, naja, gut. Da habe ich, da kannte, kannte ich noch nicht mal das Raster. Da wundert mich auch nichts, wie die Leute da so unfassbare Schlösser bauen können. Okay. So. Aber ich bin ja auch nicht hier, ja, Entwickler des Spiels oder gar so ein Spieler, der hier, ja, dann hätte ich auch die Lampen alle in Reihe machen können und so. Oh, schön. Das wäre toll gewesen. Hätte ich das schon gewusst. Ja. Ich bin nicht der Spieler, der alles weiß, der das schon seit 10 Jahren spielt, nur das spielt, keine anderen Spiele spielt und deswegen, ja, dauert sowas halt bei mir immer ein bisschen. Aber das weiß ich ja jetzt und, ja, da kann jetzt doch noch sehr viel kommen. Gut. Ja, Pferd sagt auch. Und dann würde ich sagen, alter, wie gut das jetzt halt aussieht, ne? Hm, sehr schön. Egal. Ich würde sagen, wir haben auch eine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Aufnahmesession. Und, ja, bis dahin. Macht's mir gut und schaltet mir morgen dann wieder ein, wenn es wieder heißt, time to play. Hier bei Rising World in einer ganz neuen, ganz neue Welten tun sich auf mit dieser, oh, Wahnsinn. Mit dieser Transformation der Sachen. Ah, herrlich. Gut. Dann, ja, wir sehen uns. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.